Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video in unserer Fusion 360 Tutorial Reihe und heute wollen wir uns mal anschauen wie man mit Parameter und einer linearen Anordnung bequem ein bestimmtes Lochbild erstellen können. Also fangen wir mal an mit unserer Skizze, zeichnen wir hier mal ein Rechteck auf. Das ist zum Beispiel für so einen Schraubenzieherhalter oder so irgendwie wollen wir hier mehrere Bohrungen haben und die wollen wir gerne über Parameter steuern können. So, dann machen wir hier mal die Maße. Ich bemaße es mal gleich. Ich habe das hier quasi die Länge. Machen wir mal die 100 rein und hier die Breite. Machen wir hier mal die 25, dann ist die Skizze mal soweit fertig. Und jetzt gehen wir hier in den Bereich Ändern und wählen hier Parameter ändern aus. So, jetzt kommt hier mein Fenster auf dem zweiten Monitor. So, und dann gebe ich hier mal neue Benutzerparameter ein. Das haben wir übrigens auch schon mal gesehen nach dem vorhergehenden Video. So, und das nennen wir das jetzt mal die Länge. Das sind Millimeter, da sage ich mal jetzt hier die 100. Kommentar können wir auch noch eingeben. So, dann machen wir die Breite. Machen wir hier die 25. Dann, wenn wir schon Parametrisieren nehmen wir es auch noch die Materialdicke oder Materialstärke. Machen wir mal 5 Millimeter. So, dann machen wir noch ein Dings rein. Bohrung. Anzahl. Oder das kann man besser mit Unterstrich machen. Dann kann man es besser lesen. Anzahl. Hier wichtig dann auch, wenn man sowas hat, das kann man nicht zählen. Also ist es ohne Einheiten. Dann machen wir mal jetzt die 5 rein. Und dann brauchen wir nochmal einen Parameter. Den nennen wir mal Bohrung D1. So, den machen wir mit 7 Millimeter. Okay. So, dann können wir die hier alle vorne mit dem Stern in unsere Favorit übernehmen. Dann kriegen wir die hier oben beide Favorit angezeigt. Ich kann mal hier aus dem Fenster wieder rausgehen. Gehe jetzt hier nochmal in die Skizze rein. So, und jetzt können wir das hier bemaßen. Das war die Länge. Wenn wir mit Return übernehmen. Das sehen wir auch hier, wenn der Parameter übernommen ist, haben wir hier so ein FX-Präfix davor. Das hier ist dann die Breite. Halt. Hat er die erkannt? Ja, hat er auch erkannt. Dann können wir aus der Skizze rausgehen. Ich würde mir dann hier auch zum Beispiel die Skizze immer umbenennen. Ich nenne die hier mal eine Grundplatte. So, dann können wir aus der Skizze jetzt quasi hier eine Verdickung machen. So, dann tragen wir hier mal ein. Das war die Materialstärke. Dann haben wir das auch parametrisiert. So, können wir mal den ersten Check machen, ob unsere Parameter funktionieren. Ich gehe mal hier auf Parameter ändern rein. Machen wir hier mal. Die Länge soll keine 100 mehr sein, sondern 150. Das wird länger. Da hier gehen wir mal auf die 30. Das passt auch. Okay, also das heißt unsere Steuerung von unsere Parameter funktioniert. Und jetzt wollen wir hier unser Lochbild machen. Und dazu gehen wir her. Machen hier wieder auf unserer Oberseite hier eine Skizze auf. Ziehen wir das ein bisschen weiter hier rüber. So, dann fangen wir hier mit der Linie an. Ich will hier die Linie quasi in der Mitte haben. Also fange ich mir hier mal Endpunkt. Erste Linie. Das war es eigentlich schon. Markieren wir die hier als Konstruktionslinie. So, mache hier noch einen Durchmesser rein oder einen Kreis für meine Bohrung. Das könnte auch irgendein anderes Rechteck sein oder Sechseck. Je nachdem, was ich hier reinsetzen möchte noch heute. So, dann bemaßen wir das. Also D. Wir bemaßen. Hier mein Bohrungsdurchmesser. Das war hier Bohrung D1. Übernehmen wir mal. So, und jetzt hier der Abstand vom Rand aus. Ach, da müssen wir nochmal einen Parameter machen. Ich könnte einen rein theoretischen Ausrechner über die Parameter, über eine Formel. Aber wenn ich den extra angeben kann, ist das glaube ich angenehmer. Also, wir haben hier nochmal ein neuer Parameter. Nennen wir den nochmal Abstand. Abstand Seite zum Beispiel. Millimeter. Da machen wir mal 15 Millimeter rein. So, dann auch schön in die Favoriten übernehmen. Und OK. So, und dann können wir den jetzt hier nochmal bemaßen. So, das war Abstand Seite. So, dann haben wir hier quasi die erste Position gesetzt. So, und dann gehen wir hier aus der Skizze raus. Machen hier gleich mal das Loch durch. Da sagen wir dann hier, Abstand soll durch alles gehen. Ausschneiden ist OK. So, und jetzt kommen wir zu unserer Linie oder rechteckige Anordnung. So, und da wählen wir das Objekt aus. In dem Fall aber ist das ein Element. Und dann sage ich, OK, gut, ich hätte hier gern die Extrusion. So, dann die Menge. Da können wir hier die eintragen. Das ist die Bohrung Anzahl. Können wir hier schon mal übernehmen. So, und jetzt gucken wir mal, jetzt haben wir hier die Anzahl mit drin. Und jetzt müssen wir nur auswählen, welche Richtung. Da sage ich, na gut, das soll hier auf der Achse sein. Jetzt kann ich das mal hier verschieben. So, und jetzt kann ich, brauche ich quasi hier, den Abstand muss ich mal jetzt ausrechnen. Und den Abstand, den mache ich jetzt über eine Formel. Und zwar ist das die Länge, so, das ist die Länge, minus, Klammer auf, zweimal, das war der Abstand von der Seite, Klammer wieder zu, mit Return übernehmen. Und jetzt haben wir das hier quasi eingestellt. Wenn ich jetzt hier keinen Rechenfehler habe, müsste das 15 Millimeter sein und das 15 Millimeter. Und jetzt gehen wir nochmal in unsere Parameter rein. Parameter ändern. Jetzt sehen wir das aber ein bisschen kleiner. So, hier gehen wir mal hoch. So, also jetzt machen wir mal hier die gesamte Länge. Gehen wir mal wieder auf 120. Passt da an. Den Abstand, die Bohrung machen wir mal kleiner. Die machen wir plus 5. Dann haben wir, das langt uns quasi zum Vorbohren vielleicht. Dann das daheim, da wollen wir noch die Breite von unserem Brettler verstärken. Das machen wir mal auf 40. So, auf 40. Das passt da an. Oder gehen wir mal wieder auf die 25. Geht auch. So, ich mache mal hier 6 Bohrungen rein. Und den Abstand von der Seite machen wir bloß mal mit 12. So, und jetzt kann ich quasi hier über die Parameter das steuern. Und wenn ich das jetzt nachträglicher bearbeiten will, weil ich vier vielleicht unterschiedliche Bohrungen brauche, dann mache ich mir einfach hier dann wieder an meinem Brettchen oben nochmal eine neue Skizze. Und dann kann ich quasi mir hier dann halt meinen Mittelpunkt holen. Und kann jetzt dann ganz gezielt, so wie ich es brauche, zum Beispiel brauche ich jetzt dann für eine Pfeile oder so irgendwas, brauche ich ein Rechteck. Dann machen wir hier Polygon aus. Und dann kann ich hier dann x-beliebig mir die Sache raussuchen. Ich wähle das hier halt nochmal an. Gehe hier durch. Abstand auf alles. Und kann jetzt das hier quasi parametergesteuert anordnen. Ich könnte jetzt rein theoretisch auch noch, wenn wir hier die Parameter nochmal ändern, also solange ich jetzt halt nicht die Anzahl der Bohrungen verändere, aber ich könnte jetzt hier zum Beispiel das auch nachträglich nochmal breiter machen, damit sich der Abstand vergrößert und hier nochmal auf die 15 zum Beispiel. Und so könnte ich jetzt quasi das Bohrbild schön sauber anpassen über Parameter. Viel Spaß beim Ausprobieren, wie man mit Parameter so ein Lochbild erzeugen kann.